Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Star Wars Battlefront 2. Wie lange war es Kassemaps? Das hat im letzten Part gefehlt. Ja, ähm, Lutashi Z, X-Province, ja, ich lese einfach mal vor, was da unten steht. I-C Unterstrich 1 Was? Looser What the fuck? Planet Z, Sector X Fourth Planet of the Lilac System, ne, hier, Corneria. Keine Ahnung, was da gemeint ist, ohne Scheiß. Es gibt nur eine Eroberung, das sieht ja gar nicht aus. Im letzten Partei haben wir Klungenkriege, machen wir den letzten Schwerenkrieg. Ich hab keine Ahnung, keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung, scheiße. Starten wir direkt, Leute, let's go. Der Ladebildschirm ist mal wieder sehr, sehr aussagekräftig. Das macht Spaß, also, hmm. Yo. Also, der Ladebildschirm war verdammt nice. So, wir spielen ganz normal. Für die Star Wars Battle 1 im Stil. Warum? Yo. Yo, was? Was? Yo, was geht ab? Nein, wie geil ist das denn bitte? Also, tut mir leid, die E-Mail ist ja mal übertrieben, also ich brauche ein bisschen Licht her. Nice one! Ei, ohne Scheiß! Wir haben einen Kommandoposten eingenommen. Kommandoposten verloren. Zurückholen! Hat das noch rausgekramt? Da wollte ich gern drauf. Ein Kommandoposten ist in Feind. Yo. Yo, was zum Teufel? Was haben wir hier Schönes? Dann. Kann man sich heilen anscheinend? Okay. Nicht schlecht. Was hast du vor? Die E-Mail ist an hier. Kommandoposten verloren. Zurückholen! Warum stimmst du? Weiter geht's, Freunde. Boah, also. Ich bin grad ziemlich geflasht von dieser Map, weil ich damit nicht gerechnet hab. Wir haben die Blitze aus Camino genommen. Ein bisschen rennbar bei gefühlt. Wobei, woher kommen die Steine und das hier? Einfach mal. Es ist so random. Es ist ein random Platz. Ohne Scheiß. Aber es wirkt. Und das ist das Entscheidende. Vor allem die Gefäße sind ja... Vor allem es ist so auslagern. Wisst ihr, was ich meine? Oh oh. Nicht gut. Stimmt. Was? Euer Ernst? Der Millennium Volker, einfach mal. Ich kann nicht mal mehr die Sett... Ich muss mal sagen, die Settelrode kann ich nicht machen. Gepistisch. Neue Munition gebrauchen. Ja, wie geil. Der Millennium Volker. Wo kommt der Botaner her? Wenn ich selber nicht mal die... ... die guten Truppen benutzen darf, dürfen die das auch nicht. Krass. Endgeil die Map. Endgeil. So, gehen wir mal ins Stadtinnere. Nenn ich das einfach mal so. Scheint, in die Post abzugehen. Ne Brücke. Ich werde bekloppt. Fuck. Okay. Die Granate wird gut. Ja, was soll ich machen? Was soll ich da machen? Jemand von der anderen Seite rein? Und wir haben... Kommt auf einmal so ein Ding daher bei geflutscht, ey. Wie geil ist das denn? Das feier ich ja grad wirklich, ne? Hammergeil. Hammergeil, wenn ich geklässt bin. Ich weiß nicht, ob er das nicht gehört. Ach ja. Momentan ist in Köln Star Wars Identities. Und ganz ehrlich, es ist der 7. August. Und ich habe Karten für den Sonntag. Sprich, 9. August. Ich muss da gerade überlegen. Und ich freue mich da so dermaßen drauf. Da gibt es ja irgendwie, was? Der Podracer von Anakin in Lebensgröße. Also, so wie im Film war quasi. Stehst daneben und du könntest dich da reinsetzen. Nicht also so Miniaturform oder so. Nein. Zu geil. Zu geil. Du kleiner Bastard. Erholung. Erholung. Ja, ich habe ja so viel abgebadert. Die lassen nichts liegen, ne? Was sollst du da machen? Komplett alleingelassen. So, jetzt schlagen wir mal ein bisschen zurück. So. So. Wir dürfen nicht ständig Kommandoposten verlieren. Läuft nicht bei uns. Wir haben einen Kommandoposten dazugewonnen. Also. Das ist wirklich geil. Tut mir leid. Das ist wirklich so geil. Also. Als Rebellen hier zu starten. Allein die Atmosphäre jetzt mit dem ATST in der Mitte. Das ist ja. Tut mir leid. Das ist atmosphärisch. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Wirklich. So. So soll das sein. So soll diese Custom Labs sein. Atmosphärisch geil. Hier ist Heilungsprojekte. Weiße. Hier sind die Heilungsprojekte. Take this, motherfucker. Naja. Oh fuck. Boah. Also das ist atmosphärisch richtig geil gerade Leute. Tut mir leid. Dass ich da gerade so drauf abgehe. Besser geht's nicht. Echt nicht. Ich soll nicht ballern, wenn ich hier stehe. Oh alter. Fuck. Ich hab den Heilungsprojekten zerfetzt. Aber das ist mir egal. Momentan. Wir werden eingekesselt. Kriegen wir das hin? Noch einer. Jawohl. Jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. Und da kommt der nächste. Das meine ich. Wisst ihr an was mich das erinnert? Herr der Ringe. Die Rückkehr des Königs. Wo man da im Innenhof ist und die ganze Welle da aushalten muss. So geil. Also hier zu positionieren und dann. Das ist ja eine richtig geile Online-Map. So soll es da auch sein. So soll es da auch sein. Das ist Star Wars. Jetzt ist noch ein Ruhe hier. Das wäre der Hammer. Kawabanga. Also geil. Wirklich geil. Ich feier das. Hast du umgedreht, du Bastard? Meine Fresse. Weil da hab ich gerade richtig Fun an dieser Map, ne? Ladet euch nicht runter, Leute. Diese Mühe. Oh fuck. Diese Mühe muss belohnt werden. Ohne Kack. Headshot. Verdammte Schauschütze. Wir haben einen Kommando-Pasten unter Kontrolle. Ich gehe verständlich nach. Wir haben ihn auch. Oh fuck. Ich muss von der anderen Seite beschützen. Hilf mir. Keine Granaten, ne? Wenn da so viele stehen. Boah. Gerade ist es wirklich geil. Ich hab' ich nicht gesehen. Ich hab' kurz weggeguckt, ne? Der ist aber böse platziert. Fuck. Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Fick das mal so. Fuck, alter. Meine Granaten wollen es aber heute echt nicht wissen, ne? Boah. Wir haben die Kontrolle über einen Kommando-Pasten. Kann mir einer mal Heilung geben? Gibt's denn Druiden? Natürlich nicht. Hier bin ich hergekommen, ich hätte es wissen müssen. Weitere deinen weiteren Kommando-Pasten unter Kontrolle. Ich gehe wieder raus. Fuck. Wie lange ich hier lebe, ey. Das ist unfassbar. Wir haben einen Kommando-Pasten. Vor allem, warum bin ich gehalten ein bisschen? Heilo. Hoho. Yo. Yo. What the fuck? Das ist ja mal ultra geil. Yo. Was steht da? Das Back of Dust. Ja, das Back ist echt gut. In der Wüste. Beim Stau. Boah, nice. Echt nice. Zurück in die Schlacht. Nach links geht das theoretisch ja auch. Ist da irgendwas es gibt? Ich möchte mich zu gern wissen. Sehr geil. Also es ist eigentlich Renn wahr, aber wirklich gut hingekriegt. Also, hätte ich nicht gedacht. Bei so einem beschissenen Namen. Naja, komm, hier. Bums. Geil. Sind sie alle. Yo, da oben ist auch einer. Ne. Einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Alter Falter, ey. Nein, muss sein. Ich weiß, da kommt jetzt einer. Bist dich. Jetzt hin. So, auch in den Kampf. So, Schlacht. Jawohl. Boah. Fuck. Boah, wisst ihr an, was mich das gerade erinnert? An den Soldaten James Ryan. Also, den Film. Kennt ihr den? Boah. Boah, Junge. Das ist gerade atmosphärisch. Der Hammer, ey. Da disst man sich ja richtig ein. Boah, ne, ey. Steht immer noch. Nein. Boah, Leute. Ne, was geht hier eigentlich ab? Boah. Ich bleib bei dem. Scheiße, noch eins. Noch lange nicht fertig. Den nehm ich mir. Nein. Hallo. Jo, wo kam der blaue her? Der blaue Schuss her. Fuck. Ach, verdammt. Ich darf nicht schleichen. Der ist böse. Der ist böse. Der ist böse. Vor allem, die sind mit Infusion schnell in die Waffen. Fuck. Nein. Ich hab' noch auf den Kopf gezielt. Aaaaaah. Wir haben es aber fast. Das ist so geil. Das ist so entgeil. Oh, ich bin schon. Weil, die ist die passende Menge an Kämpfern hier, ne? Also, nicht zu viele, nicht zu wenig. Das ist genauso, wie es sein soll. Ich feier die so nett. Verdammt. Oh, der war knapp. Oh, der war knapp. So. Bisschen Muni tanken. Ah, der kommt ja immer nach. Das hat man ganz total vergessen gerade. Mann, da könnt ihr so eine geile Missions-Map draus machen, so. Weiß nicht. Das ist wirklich so eine Map, die kann man wirklich, also, wie soll ich das erklären? Wir haben einen Kommandoposten lassen. Ähm. Da kommen von der Seite einfach so welche Reihen dreiben, man weißte. So geil ist das. Boah, verfuckte. Richtig fies platziert. Keine Grenade hatten mehr. Boah. Uh. Also wirklich eine hammergeile Map. Das hab ich schon echt. Hammergeil. 108 abgeschossen. Was kann ich eigentlich auch, ey? Es geht noch höher. Juhu. War ja ernst? Gerade. Leider ja. Uh. Da ist noch einer. Oh, noch du. Keine Grenade mehr. Bei dem so. Der ist hinten verwundbar. Das müsst ihr wissen. Kann ich auf uns schießen. Bei wem der hinten laufen. Wie der uns sucht, ne? Jaja, lauf ruhig. Ich halte ihn in den Schacht. Ihr macht ihn glatt. Der ist meine ganze Muni alle. Krieg ich ihn hin? Krieg ich ihn hin? Krieg ich ihn hin? Krieg ich ihn hin? Wenn ihr daran gedacht habt, Leute, ne? Dann ist diese Map wirklich mit 10 wert. Ohne Scheiß. So viel Fun. Ich kann aber nicht rein. Das passiert mir also nie. Versteht ihr? Zwinker, zwinker. War das schlecht. So. Versuchen wir's mal. Ich hätte einfach den Weg weiterlaufen müssen. Bamsung. Äh, 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 hier. Weiterlaufen. Einfach weiterlaufen. Einfach weiterlaufen. Nein, nicht den Sieg. Schon. Ich will wissen, ob es sich in der Brücke gibt. Mann! Brücke! Wo bist du, Brücke? Es gibt keine Brücke. Es hat nie eine Brücke gegeben. Verdammt! Oder? Ja! Nein. Oh! Das war Hammer. Das war wirklich Hammer. Eieieiei. Und wie Tissi gesagt, es ist auch Hammer. Heh. So, da sind wir wieder. Mit einem Neustart. Und wir laufen in die Mitte. Und ich komm zu meinem Resümee. Jo, guck mal, wie viele hier ausschwärmen. Wie geil ist das denn? Ähm. Ja, mein Resümee. Mein Fazit. Diese Map ist der Hammer. Das kann man nicht anders sagen. Und, äh. Ladet euch hier runter. Das nutzt sich wirklich. Von mir kriegt diese Map wirklich ein... Ah, sagen wir eine 9,5. Eine 10 verteidigt sich sehr ungern. Ich bin da echt ein bisschen, joa. Vorsichtig mit. Obwohl diese Map wirklich nahezu an der Perfektion. ist. Weil, so sollte sie im Spiel vorkommen. Dieser Schnee ist einzigartig, ja. Diese, diese Konstruktion hier. Mit 32 Leuten. Wenn ich, ich würd gern die Spieleranzahl erhöhen. Wisst ihr, wie geil das dann wäre? So. Das ist keine Allah. Ja, dann, dann geht's hier wirklich ab. Oh, scheiße. Seht ihr, wie geil das ist? Das passiert normalerweise nie. Und dann trifft man sich hier in der Mitte und dann knallt die alle ab. Von mir kriegt sie nur 9,5. Joa, ich hab grad schon, jetzt bin ich wieder weg. Ähm. Zu geil. Wirklich zu geil. Und, äh. Zock sie, Leute. Zock sie. Empfehlt sie weiter. Ich tue's auf jeden Fall. Denn diese Map ist wirklich ein Hammer. Steht im Weg. Und von daher, Leute. Geil. Einfach geil. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns im nächsten Part. Bei WLambas Customs. Bis dann. Und ciao.